Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge On2BizNiko. Naja, keine Folge wird eher ein Clip. Ich will euch nur kurz was zeigen. Kennt ihr das nämlich? Wenn es regnet und der Boden ist nass und ihr seid mit Rucksack unterwegs, wollt kurz Pause machen, wollt euren Rucksack ablegen. Scheiße, was macht ihr da? Ich habe mir jetzt was überlegt. Ich habe nämlich hier Paracord mit dem Karabiner dran zu hängen. Stört mir auch nicht weiter. Den nehme ich immer, zieh den auseinander. Hier haben wir gleich einen Baum. Geh mal rum, ein bisschen höher, zieh den durch in den Rucksack. Kann ich auch lose kurz hängen lassen. Passiert nichts. Verrutscht nichts. In meinen Rucksack habe die Karabiner dran und schon hängt der Rucksack. Liegt nichts auf dem Boden. Einwandfrei. Kann ich geben, nur empfehlen. Der, der das noch nicht kennt. Manche kennen das wahrscheinlich von euch schon. Nutzen das wahrscheinlich auch oder nutzen nur Struppe, um sich das hier ranzuknoten. Und mit dem Karabiner macht es sich gut. Das war auch schon gewesen, was ich euch zeigen wollte. Der Rucksack geht wieder ab. Wird wieder aufgesetzt. Schnur ab, Karabiner durch. Jetzt lässt sich wieder zusammenwickeln. Keine große Wissenschaft raus. Einfach ein paar Mal hier um die Hand herum gewickelt. Lass ein Stück überstehen. Gang oberhalb an. Wickelt es rum. Geht nach unten hinweg. Zum Ende lasse ich ein Stück stehen. Und zieht einfach fest. Fertig ist es. Es wird dann einfach am Rucksack an der Öse wieder befestigt. Und schon kann es weiter gehen. Das war eigentlich alle gewesen. Mehr wollte ich euch ja nicht zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir da einfach einen Daumen nach oben. Oder abonniert mich. Wenn irgendwas euch nicht gefallen hat, schreibt es mir in den Kommentaren. Ansonsten bis dann. Ciao. Ciao.